Frei ist Österreich ja schon seit 2... Nochmal. Nochmal. Ein Land, ein Land, ein Land. Nochmal. Bevor ich jetzt weiterrede, möchte ich einfach anführen. Brrrr. Ich muss nur noch anfangen. Okay. Erwin Bräu, bla 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 bla. Sei die Bewegung. Weil Stufen... Shit. Sehr klar. Ich möchte mich heute bei den Assistenten beginnen. Einerseits möchte ich... Warum, 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 warum? Ich meine wieder Take-outs. Outtakes meine ich. Take-outs. Witzig. Das war der Montagswitz für die Woche. Wenn ich einen Mann darf... Ein Mann an der Bar. Ein Mann an der Bar. Sagt zum Kellner. Nach Einbruch. Ich trinke meinen Brrrr. 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 Ist hier das... Das war nicht so kurz. Zu weihnachtlich? Nöhm. Das war der Montagswetze für die Woche. Und hab einen kurzen, beruhigten Blödsinn im Kopf. Nein, so ist Scheiße. Ich... Das ist ein Trick. Aber das gibt's ja nicht. Das ist jetzt nicht besser. Und? Sehr cool.